Hallo, hallo. Das ist ein toller Anlass. Sehr schön. Dante schrieb die göttliche Komödie, Balsak die menschliche Komödie. Oettingers Filme könnte man als Komödie der Menschen und der Götter bezeichnen. Liebe Ulrike, herzlichen Glückwunsch zur Berlinale Kamera. Ich hoffe, dass diese Kamera mir auch hilft, endlich einen meiner großen Spielfilme wieder zu machen. Vielen Dank. Applaus Applaus Applaus